Hallo, ich bin Jörg und der Erfinder von Excellent Jobs. Eigentlich bin ich Unternehmensberater seit über 20 Jahren und helfe Unternehmen, die in Not gekommen sind im Bereich der Hospitality-Industrie, also vielleicht bei einem deiner potenziellen Arbeitgeber. Und in diesen 20 Jahren habe ich etwas geschafft, was ganz wenige schaffen, denn kein Unternehmen ist in dieser Zeit, wenn ich es betreut habe, in Konkurs gegangen. Und ich habe dabei etwas gelernt, nämlich, dass man auch von jedem etwas lernen kann, sogar von mir, und dass Menschen Werte schaffen und nicht Maschinen. Und um die Menschen geht es letztendlich auch bei Excellent Jobs, nämlich um deine neue Stelle oder von der Unternehmerseite aus um den neuen Kollegen. Und was für mich immer wichtig war, ein Team zu kreieren, wo man die Mitarbeiter immer nach den Kompetenzen eingestellt hat. Und wenn ihr heute mal so ein Recruiting-System anschaut, dann gibt es eigentlich nicht ein Recruiting-System, wo man wirklich nach Kompetenzen einen Mitarbeiter auswählen kann. Da wird über Soft Skills gesprochen, da werden ganz viele Texte geschrieben und letztendlich lest ihr doch nur Kellner, Koch und dann schickt man eine Bewerbung dahin. Und erst dann, wenn ihr Zeit investiert habt, wenn ihr da hingefahren seid, stellt man fest, es passt eigentlich gar nicht und das, was die suchen, will ich eigentlich gar nicht, bringt mir keinen Spaß oder vielleicht kann ich es gar nicht. Oder eben von der Unternehmerseite genau das Gleiche. Und als Unternehmer, die ich ja berate, ist so eine Stellenanzeige verdammt teuer. Das könnte eure Lohnerhöhung sein, ich muss also relativ viel Geld bezahlen. Und das hat mich geärgert, weil auch der Erfolg, wie eben schon beschrieben, gar nicht so wirklich groß gewesen ist. Also bin ich zu diesen Großen wie Hotelcarrier oder auch andere gefahren und habe gesagt, mach das doch anders, warum baut der nicht so ein Matching-System, warum macht der das nicht ein bisschen flexibler, auch was die Kosten anbelangt. Und da haben die mich ausgelacht und haben gesagt, das brauchen wir nicht, weil wir die Marktführer sind. Und zu uns kommt man. Das hat Nokia übrigens auch mal gesagt, als plötzlich jemand ankam und sagte, ich erfinde ein Telefon neu. Okay, ich komme jetzt auch an und ich erfinde das Recruiting neu. Excellent Jobs ist jetzt auf dem Markt und es ist Zeit, das Produkt selbstbewusst und selbstsicher einmal vorzustellen, damit du als Unternehmer, als Recruiter oder du als potenzieller Kandidat für einen neuen Job sich das mal genauer anschauen. Und warum sind wir, so glauben wir oder das wissen wir, warum sind wir eigentlich besser als diese normalen anderen Recruiting-Systeme? Zum einen, weil es schneller geht. Zum anderen, weil wir ein Matching-System haben. Du sagst uns also, was du kannst und dann sagen wir dir genau, welches Unternehmen exakt für dich passt. Der Unternehmer hat genau die gleiche Möglichkeit und dieses Match geht in Sekundenschnelle. Also kein langes Warten mehr, keine langen Hin- und Hergeschreibe mehr, denn wir haben einen Chat. Du kannst sofort mit dem Unternehmen chatten, das dich gut findet. Das Unternehmen kann dir sofort eine Einladung schicken und du brauchst nicht mal eine Minute, um dich irgendwo zu bewerben. Wir haben ganz, ganz viel automatisiert. Deine Kompetenzen kannst du eingeben. Wenn du neue Kompetenzen in irgendeiner Stelle findest und du klickst sie an, weil du dich dort bewerben willst, sind die sofort bei dir in deinem Lebenslauf integriert. Alles Dinge, die es woanders nicht gibt. Ach ja, und wo wir bei Lebenslauf sind, was noch ganz toll ist, klick einfach auf eine andere Sprache und auch dein Lebenslauf ist sofort in einer anderen Sprache. Wenn du dich also plötzlich in Englisch bewerben willst, dann musst du das Ganze nicht nochmal schreiben. Ein Klick auf die richtige Flagge und alles ist in Englisch. Und so hat natürlich auch ein Unternehmen, was vielleicht gerade in einem englischsprachenden Land sozusagen ist, die Möglichkeit, sich sofort alles anzuschauen und zwar in ihrer Sprache. So etwas gibt es woanders übrigens auch nicht. Und darum habe ich Excellent Jobs erfunden, um letztendlich mein Wissen, was ich über 20 Jahren im Recruitment erworben habe, mit euch zu teilen. Excellent Jobs soll persönlich sein. Wir wollen nicht eine halbe Million oder mehr Euro im Jahr ausgeben, dafür, um das Produkt zu bewerben. Ihr sollt die Werbung für uns machen, weil ihr unser Produkt gut finden werdet. Und damit es genau so ist, wie ihr das wollt, sendet uns einfach ein Feedback. Mit mir oder auch mit unseren Partnern kann man reden. Wir sind nicht irgendwelche abgehobenen Heinis. Wir lachen vor allem nicht über euch und sagen, ihr müsst das machen, sondern wir haben dieses System für euch erfunden. Das ist mein Geld, was ich für euch bereit war zu investieren, weil ich die Hospitality-Industrie gerne mag, weil wir durch die Welt fliegen, uns überall die besten Unternehmen anschauen, die besten Arbeitgeber anschauen und natürlich auch für die Werbung machen und zwar aus Überzeugung, nicht aus Geldinteresse. Das ist der große Unterschied, weil das brauchen wir nicht. Erfolgreich waren wir ja schon. Und mit Excellent Jobs wollen wir euch groß machen. Und wenn ihr uns dabei auch groß macht, dann haben wir beide was davon. Ich freue mich, wenn ihr uns ein Feedback gebt. Wir geben euch mit unseren Blogs und unseren Bewerbungstipps auf Instagram oder auch auf Facebook auf unseren Seiten oder auch auf meiner persönlichen Seite ebenfalls regelmäßig Tipps, sodass ihr nie den Faden verliert, was gerade up to date ist und wo ihr euch letztendlich orientieren könnt. Wir wollen eine Gemeinschaft sein, eine Community, heißt das, glaube ich, heute in modern. Und da wollen wir keinen ausgrenzen, auch das Unternehmen nicht. Denn die Unternehmen, die letztendlich in vier oder fünf Jahren erfolgreich sein werden, die haben verstanden, dass Menschen Werte schaffen und nicht Maschinen. Ihr schafft die Werte für euer Unternehmen und genau so wollen wir euch behandeln. Und mit unseren Statistiken, die wir aufgrund eurer Daten letztendlich erfahren, versorgen wir euch mit den neuesten Informationen. Welche Kompetenzen werden wo benötigt? Wie viel Geld könnt ihr in welcher Region mit welchen Kompetenzen verdienen? Guckt doch mal, ob das ein Mitbewerber kann. Wir können das. So ist unser Algorithmus aufgebaut. Der ist sehr intelligent. Wir haben über Datensicherheit schon nachgedacht. Da gab es noch nicht einmal diese Verordnung, denn auch das ist uns wichtig. Ihr habt immer die Möglichkeit, euch zu anonymisieren. Und das Unternehmen muss ich dann bei euch erst mal vorstellen. So habt ihr auch nie das Problem, dass ein Unternehmen letztendlich euch trifft, obwohl ihr das gar nicht wollt. Die Unternehmen unterstützen wir natürlich ebenfalls mit diesen Statistiken. Und ihr habt das erste Mal die Möglichkeit, dass auch ein Unternehmen euch folgen kann. Das heißt also, wenn ein Unternehmen euch gut findet und ihr temporär aber zum Beispiel gerade in Österreich seid und eben nicht in Norddeutschland, würdet aber gerne ab einem gewissen Zeitpunkt wieder dort arbeiten, dann wisst ihr jetzt, welches Unternehmen an euch interessiert ist. Ihr könnt selber mit dem Unternehmen Kontakt aufnehmen oder ihr könnt es auch andersrum machen. Ihr könnt einem Unternehmen folgen. So findet ihr auf jeden Fall eure Traumstelle. Das ist das, was Excellent Jobs anders macht. Anders auch, weil wir gemeinsam hier etwas aufbauen wollen mit eurer Unterstützung, mit euren Daten. Werden wir immer vertrauensvoll umgehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und werden euch alles geben, was wir letztendlich können. Denn eure Zukunft, eure Karriere, das ist unser Auftrag. Also, am besten gleich ein Profil erstellen und einfach mal reinschauen.